hallo und herzlich willkommen bei escape from tarkov schön dass du eingeschaltet hast ich wünsche wie immer viel spaß und gute unterhaltung wenn dir dieses gameplay gefällt dann bewerte dieses video ich würde mich riesig drüber freuen viel spaß und los geht's warte jetzt bist du das warte läufst du gehe ja aber machst du das nicht ich bin jetzt ich bin jetzt fast bei dieser nische da mit der roten lampe ok ja ich bin da auch willst du das raditz läuft einer mit vollen ausstattung wo an der roten bist du das ja ja das bin ich mit tasche ja mit einer seige ich bin jetzt die ganze zeit oben ja ja da ist einer Ah, warte Ich steck dich von hinten Was? Hat bei euch einer mit einer AK geschossen? Nein Nee, echt, ich hab nicht geschossen Seige Ich halte den Rücken frei Warte, ich muss kurz nachladen Leg mich mal eben hin, warte Ja So Okay Okay, lass mal weiter Ich hab ein Bot angeschossen Sie discoverst unsere Feinde Hm Da ist irgendeiner mit Schatz Ja, irgendeiner hat mich angeschossen Er ist da oben Da oben, wahrscheinlich Okay, ich hab ihn von hinten erwischt Okay, gut Da läuft noch jemand rum Da, der ist oben, der ist oben Ja, wer ist das? Miro? An den Silos ist der Nee, wir sind da Fuck Dann müssen wir hier weg Miro, bist du an den Silos irgendwo? An dem Bunker? Nee, nee, ich bin immer noch am Parkplatz Ich bin hier, ja, ich bin hier Okay, dann lass mal weiter Zum, zum Miro Parkplatz Ich schwöre, ich hab ihn vorbeigegeben Ja, ja, ich hab ihn auch gesehen Ja, ich weiß aber nicht mehr wo Ich schwöre ihn nicht Okay, komm Ich muss kurz eben nachladen Oh, ich hab die Tür geöffnet Okay, Miro, wir sind fast da Wir sind gleich beim Boot In Halle 3 Okay Wir kommen hoch Zur Halle 3 Ja Seht ihr das? Ja, bin ich Ja, ja, ja Okay Falls ihr looten wollt, hier links steht einer Am Eck bei euch dran Ja, okay Gucken wir mal Oh, der hat so eine schöne Weste Ich nehm die mal mit, ne? Ja, ich hab nämlich einen Okay Die kleine Tasche kannst du auch mitnehmen Wenn du brauchst Ne, ne, ne Die kann ich leider nicht mitnehmen Ey, der ist ein Schlüssel drin Welcher denn? Ein Autoschlüssel Zweimal, warte mal Warte mal, ich untersuch den mal Key Weiß nicht, ob ich den schon hab Ah, so ein Ding hatte ich mal Ja, ja Ja, kannst du mal mitnehmen Oh, hier haben wir noch eine Tasche von euch So ein Backpack So in etwas kleineren Hier liegt eine Miro Kannst du mitnehmen Ja, ihr Ja, kannst eine nehmen Ne, ich hab ne große mit Ich guck mir das Ganze mal hier von oben an Oben hast du die beste Übersicht Oh, da ist einer Wo? Wo? Äh, bei der Brücke Da lag einer Hast du, hast du ihn getötet? Ne, ich hab den aber angeschossen Ah, ist der weggelaufen? Ja, ja Ja, dann hab ich ne Okay Der, der hat da gehockt Kleiner Kleiner Hocker Äh, Game Tolly bist du oben Ich bin hinter dir Irgendwo Okay Wir müssen in zwei Kisten Okay Untersuch sie gerade Ah Das ist ne Leiche Aber ich glaub, das ist nur so ein Messertyp Ich hab einen gesehen Wo, wo? Oh, ich bin schon Schwer zu sagen Ein Bot Down Hast du ihn? Ja Der hat, ich glaub, der war voll ausgerüstet Mhm Ein Bot Ein ausgerüsteter Wo nach? Bei den Silos Schau mir das mal an Ich geh mal Treppenhaus hoch Äh, wer ist bei den Silos? Ich Vorsicht Vorsicht Aber den, den ich erledigt hab, loopt ich Weil ich glaub, der hat gute Sachen Der gehört zu Ja ja, der Puppe, mach ihn auch mehr Ich hör jemanden Okay, ich bin nicht oben Ich bin bei der Brücke Ich bin tot Silos? Ist sie los, oder? Ja Bist du tot, oder was? Natürlich bin ich tot Scheiße Okay, Miro Ich bin über Ich bin über dir Okay, ich hab ihn Ja, wir müssen ihn nachladen Ah, geil Ich hab hier ne Leiche gefunden Ich glaub Das war Game Toilet Vor mir ist noch irgendwo einer Achtung Okay, ich hör ihn, warte Ich hab ihn mal durchgeladen Hoppnen Boah, Mann Hat er sich wieder gebrochen Ich loote mal Game Toilet Oh Was? Hast du das gehört? Ja, da kommt gleich wieder Welche Achtung Ich glaub Ich glaub die war in Halle 1, oder? Glaub ich auch, ja Ich loote mal Game Toilet 50, jetzt könnten langsam Bots reinkommen Achtung Also Spiele Bots Jo Bin jetzt überm Bunker Okay Toilet Ich versuch dich zu retten, aber Hat nicht gefunst Okay, Toilet Ich hab deine Sachen Achtung, der kommt Ich hab deine Sachen geroutet Ja, ich hab die gesichert Bist du rüber? Halle 1? Ja, ich bin überm Bunker Ich bin überm Bunker Ne, weil ich hab hier einen Halle 1 irgendwo einen rumlaufen sehe Halle 1? Wo bist du? Halle 1? Oder wo bist du gerade? Äh, ich bin Halle 2 Ja, ich auch Ach, da oben Warte, warte Den in Halle 1 gerade hast du getötet, oder? Nein, nein Ich hab den verloren wieder Ich muss mal eben nachladen Ich muss ihn durchladen Ich muss ihn durchladen So Also der in Halle 1 Der war am Stapler hinten Beim, äh Also nicht, nicht bei dem Bei dem Stapler, wo du jetzt bist Bei dem Bunker Sondern bei dem anderen Stapler Hey, wo ist der andere Bot? Gerade Mal sehen Amen Schießt er auf mich? Boah, tot Was war das? Überm Bunker bin ich Irgendwo läuft einer Eine Treppe hoch Nein Eine Metalltreppe Irgendwo Oh, so schnell geht's, Alter Gott, sehr fix Oh, das wäre so eine geile Runde Ich hätte rausgehen sollen Gott, sehr fix Ja Das sollte er vielleicht mal Ich hätte einen größeren Rucksack Ja, ich habe den mit dem Sagst du mit dem Ding oben drum Mit dem, äh, Klafsack Ja, ich glaube Ja, ich, ja, ja Ich glaube, ich nehme den mit Und, kannst du Seiger mitnehmen? Ja Ich muss mal aufpassen Ich habe einen guten Strasser, weil Da ist einer Okay, ich glaube, ich habe ihn Zumindest angeschossen Oh, da kommt einer Okay Jetzt ist er weg Irgendwo muss noch einer sein Ich glaube Boah Wie soll ich das denn jetzt machen? Entweder die AK Von Game Tollick Oder die Seiger von Miro Nimm die AK Aber ich nehme die Weste von Miro mit Also ist egal, ob du deine verkaufst Oder die von mir Sind gleich viel wert Noch einer weniger Das Magazin Einlassen Ich muss die Tasche noch von Einen Rucksack von Miro mitnehmen Und so Und so Und so Ja Einen Fuck Wija Ich will Ich will Das ist Das ist Ich will Als Ich will Es Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will Ich versuch's. Hm, noch das. Okay, ich hab ihn. Da war noch ein Bot. So. Huh. Da ist ein Spieler, glaub ich. Scheiße, die ist weggelaufen. Ich hab den aber ordentlich angeschossen. Kann ich jetzt so nicht wahrnehmen. Ich brauch nur, dass der irgendwo ein Zeichen gibt. Schuss oder so. Ja, was ist ein Bot? Ich heil mich mal eben. Fuck. Fuck. Oh, warten die auf mich. Okay, jetzt hab ich irgendeinen Typen erwischt. Irgendeinen Typen hab ich erwischt. Oh, der hat mich auch erwischt. Ja, schau, dass du da rauskommst. Hm. Okay, scheint... gut zu sein alles. Okay. Okay. noch 8 Sekunden. Großer Dank an GameTolic und Miro. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, zeig es mir mit einem Like und wenn du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, abonniere meinen Kanal. Wenn du mich gerade abonniert hast oder einer meiner treuen Abonnenten bist, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.